Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich muss ein kleines Infovideo machen in dieser Art und Weise, also mit, ihr seht jetzt gerade ein wunderschönes Pixelart Bild im Hintergrund und nur meine Werte Stimme, weil mir ist nicht wirklich nach irgendwie Kamera oder Facecam oder wie auch immer, weil ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sein kann, dass vielleicht so ein, zwei, vielleicht auch drei Tage, ich weiß es nicht genau, vielleicht keine Videos kommen können, weil ich habe leider in der Familie einen Krankheitsfall, um genau zu sein, ich würde auch gar nicht um den heißen Brei herumrehen, um genau zu sein, ist meine Mutti vom Freitag zu Samstag zusammengebrochen und hatte leider zwei Herzinfarkte und ja, ich muss das jetzt erstmal irgendwie in einer Art und Weise verarbeiten, mich kümmern, ihr wisst schon, vielleicht hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, ich hoffe es nicht für euch und ja, ihr geht es einigermaßen wieder gut, ist heute der Stand sozusagen am Sonntag und ja, ich wollte nur sagen, ich wüsste zwar, dass mich das Aufnehmen schon ablenken würde, aber ich bin noch nicht so ganz da, also wenn ihr versteht, ich bin noch sehr, sehr durch den Wind, deswegen, ich bin sehr in mich gekehrt, ich musste aufpassen, nicht in totale negative Gedanken zu verschwinden und ja, ich bin halt auch ehrlich zu euch, warum sollte ich euch jetzt hier irgendwas vormachen, ja, ich kann da gerade nicht so, ja, mich konzentrieren, ich glaube, das ist das richtige Wort, ich kann mich nicht gut konzentrieren, so, ich versuche jetzt, mich mit anderen Sachen abzulenken und dann sollte das so in den nächsten zwei, drei Tagen alles wieder klappen und dann kann ich wieder aufnehmen ja, deswegen, also tut mir sehr leid, aber kann man leider nicht ändern, aber ich denke mal, ihr habt da Verständnis für und dann ja, erhole ich mich ein wenig und kümmere mich ein wenig und ja, dann sehen wir uns dann ja, hoffentlich dann bald wieder und macht euch noch einen schönen Tag und passt auf euch auf 22 21 22 23 23 Vielen Dank.